Erdogan spaltet auch hier, in Köln, Essen oder München. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie die Deutsch-Türken wirklich zu ihm stehen. Denn viele Wahlberechtigte sind ja zu Hause geblieben. Viele haben aus Trotz mit Ja gestimmt. Nun plädieren hierzulande einige Politiker dafür, sich besonders um diese Trotzigen zu kümmern, Köpfe und Herzen zu gewinnen, ein bisschen pampern, weil die Integration schlecht geklappt habe. Da klingt Schuldbewusstsein mit. Die Deutschen hätten die Deutsch-Türken in Erdogans Arme getrieben. Nein. Zusammenleben heißt Respekt und Kritik, heißt Grundgesetz hochhalten. Dieses deutsche Grundgesetz gibt allen Luft zum Atmen, beschützt Minderheiten. Wenn Rechte missachtet werden, können sie eingeklagt werden. Anders sein, Gegenrede, Opposition gehören dazu. Schlimm, dass Präsident Erdogan sich dem fundamental verschließt und die Köpfe und Herzen seiner Landsleute enger macht. Auch hierzulande. Ein Beispiel. Ich war nach dem Putsch im vergangenen Juli schockiert, als in Köln zehntausende Türkischstämmige ihren Präsidenten feierten und zugleich laute Rufe nach der Todesstrafe zu hören waren. Erdogan. Mich deprimierte das. Auf dem Boden einer Demokratie riefen Menschen, zum Teil mit deutschem Pass, nach der Todesstrafe. Das war und ist mein Marker für vermurkste Integration. Erdogan hat nun die Todesstrafe auf die Agenda gesetzt. Heißt das demnächst wieder Kundgebungen, womöglich ein Ja zur Todesstrafe auf deutschem Boden? Wer das unterstützt, möge seinen deutschen Pass abgeben. Ich möchte nicht mal mehr streiten. Rote Linie. In diesem Punkt bin ich Integrationsverweigerin.